Diesen Fehler habe ich, glaube ich, seit einem Monat oder so in jedem Video gemacht. Hoi Leute und herzlich willkommen heute zu einem neuen Video. Heute seht ihr es ja schon im Titel, zeige ich euch schon mal meine ganzen Fails, die ich so gemacht habe. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, weil es wird krass und lustig. Genau. Da gehen wir erstmal auf meinen Kanal. Wer noch nicht weiß, wie der heißt, der heißt Bavi Dash Junior. Das ist der Kanal hier. Ich würde sagen, wir abonnieren uns erstmal hier, oder? Und immer schon die Glocke aktivieren, dann bekommt ihr schon eine Benachrichtigung. Dann gehen wir hier mal auf die Videos. Dort sehen wir schon hier unten, oh, ich habe mich sogar schon ein paar angeguckt. Der erste Fail ist in Teil 3. So, wem vielleicht schon auffällt, da sieht ihr es ja schon, Minecraft Teil 2 passt nicht ganz mit dem Titel. Genau, also hier ist etwas falsch geschrieben, hier müsste eine 3 einfach rein. Genau. Ja, machen wir weiter mit dem nächsten Fail. Der nächste Fail ist in Teil 8. Hier sieht man es auch schon, Teil 8, Teil 9 haut wieder nicht ganz hin. Also hier müsst ihr einfach nach achten, hier in dem Video. Ja, mehr gibt es dazu halt einfach nicht. Der nächste Fail ist in Teil 15. Und zwar hier. So, bisher ist hier noch alles richtig. Wir schauen mal ein bisschen weiter. Moin Leute und herzlich willkommen heute zu einem neuen Video hier bei Minecraft. Heute schon bei Teil 15. Ja, kurze Ankündigung, woher bis 15. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Okay, also ich habe jetzt schon mal die Wand angefangen. Äh, lustig. Okay, ja, ich baue jetzt einfach mal hier am Fleck durch das ganze Ding. Dann werde ich hier die Wand noch höher bauen, denke ich so. Und dann baue ich nach vier Blöcken die Decke hin. Und dann die Lister oder so schon in die Lampen rein. Und dann die Lister oder so schon in die Lampen rein. Und dann die Lister oder so schon in die Lampen rein. Habt ihr es gehört? Ich habe gesagt, ja, und dann bauen wir so die Lister in die Lampen rein, ne? Ist jetzt nicht so ein großer Fehler, ist ein kleiner Versprecher. So, das nächste Video ist 15.1. Ja, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum gibt es denn hier 15 und 15.1? Das hat folgenden Grund. Hier steht Teil 15 und das andere war ja auch Teil 15. Ich habe mich hier verschrieben, hier müsste Teil 16 stehen. Das Problem war, ich habe dann beim nächsten Video, also eigentlich bei Teil 17, habe ich dann hier geschrieben Teil 16. Und deswegen war da so eine kleine Kette und da habe ich gesagt, na, ist einfach 15.1. Und wenn wir jetzt mal hier drauf gehen, sieht man 15.1, dann Teil 16 und dann kommt schon Teil 18. Das heißt, Teil 17 habe ich rausgelassen, damit es danach wieder in der richtigen Reihenfolge Teildings ist. Ja, genau. So, der nächste Fail ist in Teil 19. So, was steht denn hier? Ach, Minecraft Hallen... Na... Ja gut, habe ich das da hingeschrieben? Ähm, der nächste Fail ist dann auch so ähnlich in Teil 20. Minecraft Hallen... Also, Hallen... Oder ich google mal kurz hier. Ähm, ja, Hallen ist eine Stadt, Hallen oder so ist das dann. Hallenbad, ich höh... Ähm, der nächste Fehler ist in Teil 26. Wir kommen schon langsam relativ... Ne, 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 ne... So, bisher hier Minecraft Hallenbad, Teil 26, alles richtig. Schauen wir einfach mal weiter. Moin Leute, willkommen heute zu einer neuen Minecraft Folge. Heute baue ich noch mein Becken draußen. Genau, also, let's go. Aber erst mal, weh denn noch Bäume gepflanzt? Ist dir jemand aufgefallen überhaupt? Ja, äh, ja. Äh, ja. Dazu sage ich einfach nur... Sprachen lernen. So, und jetzt kommen wir noch zu einem ganz großen Fehler. Und zwar diesen Fehler habe ich, glaube ich, seit einem Monat oder so in jedem Video oder in fast jedem Video gemacht. Und zwar habe ich Abonnieren mit einem N geschrieben. Ja, das war es eigentlich schon. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Genau, das war es mit dem Video. Wenn ihr noch irgendwelche Fehler gefunden habt, die mir nicht aufgefallen sind oder so, dann schreibt es in die Kommentare. Tut das Video rein, geben und dann... Ach, geben vor allen Dingen. Tut den Videotitel einfach in die Kommentare schreiben und dann Minuten zahlen, wo der Fehler ist oder so. Äh, und jetzt gibt es endlich mal ein richtiges Intro mit Abonnieren. 1, 2, 1, 3, 2, 1, go!